Ja hallo und schön, dass ihr heute wieder bei diesem Vlog dabei seid. Ja, ich habe eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, sondern es ist so ein kleines Vorhäppchen zum Thema Tankfest in Bovington. Da geht es ja am Donnerstag hin und da bin ich bis Sonntag vor Ort und ihr braucht euch keine Sorgen machen. Deswegen sind wir hier gerade sozusagen vor meinem Zweitarbeitsplatz. Ich bin nämlich fleißig am Videos schneiden. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall nach wie vor in gewohnter Manier die Videos sehen. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag kommt immer ganz akkurat und ganz brav ein Video raus. Vielleicht dazu mal eine kleine Anmerkung. Mittlerweile, das dürft ihr ja gewohnt sein, jeden Tag ist ein World of Tanks Video und jeden zweiten Tag ist aktuell ein World of Warships Video. Und sozusagen an dem Nicht-Warships-Tag kommt dann ein Random-Spiel. Das kann Armored Warfare sein, das kann Dreadnought sein, das kann angezockt sein, das kann alles sein. Also nur, dass ihr zur Zeit mal so ein bisschen wisst, okay, wann, wie, wo darf ich was erwarten. So ist der Plan. Zum anderen, zum Thema Tankfest ist es so, der Rio und auch ich im Stream wurden gefragt, kann man euch denn da sehen? Und wir würden es uns wünschen, weil letztes Jahr waren es wirklich leider nicht so viele Deutsche, die dann da vor Ort waren, was natürlich auch gewissermaßen nachvollziehbar ist, weil das ist ja doch ein Stück weg. Wobei, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Also wenn man jetzt wirklich mal auf eigene Kosten dahin geht und man plant ein langes Wochenende ein, also ich sage mal Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, dann kann ich euch sagen, aus jetzt wirklich bester Eigenerfahrung, wenn ihr da Kosten von 500, 600 Euro einplant, dann seid ihr schon gar nicht schlecht dabei. Und dabei rede ich dann wirklich Flug, ich rede von Hotel, ich rede von eventuellen Leihwagen. Am besten, ihr macht es mit einem Späsel zusammen, dann ist es a, spaßiger und man kann sich das so ein bisschen aufteilen. Also da kann ich es nur empfehlen. Und ich muss sagen, für so ein Erlebnis, was man da geboten bekommt, da ist es das schon auch wirklich wert. Also wenn ihr euch dieses Jahr vielleicht noch nicht dazu entschlossen habt oder entschließen solltet, dann macht es nächstes Jahr. Wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Aber für die, die auch dieses Jahr schon da sind, weil wir die Frage immer gehabt haben, sieht man euch denn, wo kann man euch sehen? Ehrlicherweise, es ist nicht so leicht, uns dort zu treffen. Natürlich werde ich auf Facebook wieder ein paar Bilder posten und vielleicht auch mal meinen Standort, aber es ist trotzdem nicht easy, weil es sind dann doch tausende von Menschen und dann läuft man sich eher ungewohnt einfach mal über den Weg, weil es ist sehr, sehr weitläufig, das Areal. Das Einzige, was sein soll, es wird irgendwo ein Interview gemacht von allen deutschen Community-Kontributoren. Also Nossi, Rio und ich werden irgendwo interviewt werden. Die Hoffnung ist, dass es auf der Bühne ist. Wenn ja, wäre das natürlich super, weil das ist klar, wo das sein wird. Das ist definiert. Also da gibt es auch eine Uhrzeit, die weiß ich jetzt leider noch nicht. Wird aber beim Tankfest ganz klar schon kommuniziert sein. Das heißt, wenn dem so ist, schaut wann wie, wo wir dieses Interview haben und kommt dann da einfach. Und wenn das entweder nicht der Fall ist oder ihr uns woanders seht, dann sprecht uns aber trotzdem einfach an. Weil sowohl Rio, Nossi als auch ich, wir freuen uns wirklich Leute zu sehen, ein Selfie mit euch zu machen. Wenn ihr wollt, sogar ein Autogramm geben oder ein Bierchen, lassen wir uns auch gerne einladen. Das ist auf jeden Fall alles gut möglich. Also deswegen sprecht uns da einfach an, wenn ihr uns seht. Ansonsten, also wie gesagt, Videos werden nicht leiden. WG News sollte nicht wirklich leiden. Dafür habe ich ja gute Jungs. Aber schauen wir mal, ob da vielleicht ein bisschen weniger gepostet wird. Das sehen wir ja dann. Und natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ihr seht mich jetzt wieder. War bei den Streams so ein bisschen wenig zur Zeit. Hatte einen banalen Hintergrund. Ich mag, ich bin jetzt kein Qualitätsfetischist oder Perfektionist, aber ich erwarte so einen gewissen Standard. Und der ging mit meiner bisherigen Leitung nicht. Und jetzt gab es einen glücklichen Zufall. Und zwar, ich habe mal Fernseher geschaut. Fernseher zeige ich da hin, weil der steht. Wir sind hier gerade im Schlafzimmer. Ich habe im Fernseher geschaut und der Fernseher ging auf einmal aus. Beziehungsweise das Bild war einfach weg. Alles andere ging Internet, Telefon. Man muss also dazu sagen, ich habe einen bei IP-basierten Anschluss. Und enterte. Und da rufe ich dann an und sage, hier, was ist da los? Warum geht es jetzt nicht mehr? Sagt dann so, ja, wir schauen nach. Und da ruft mich der zurück. Ging auch dann wieder alles, nachdem sie Leitung resetet haben oder was auch immer. Und dann fragt mich der, ob ich einen Splitter noch dran stecken habe. Und ich habe, der Anschluss wurde umgestellt. Ich habe nichts bei mir umgeändert und ich hatte einen Splitter. Ich sagte, ja, dann stellen Sie den doch mal, stecken Sie den noch weg. Sie könnten ein bisschen mehr Upload damit eventuell rausholen. Und genau das ist eingetroffen. Und jetzt kann ich die Qualität vom Stream fast um 30, 35 Prozent verbessern. Gegenüber so, wie es jetzt war. Und das finde ich super geil, weil das hat mir genauso, ich habe es mir angeschaut. So kann ich damit gut leben, so wie ich es jetzt übertragen kann. Und das ist auch das, was ich euch jetzt bieten wollte. Und deswegen werde ich auch in Zukunft wieder ein bisschen mehr streamen. Also dieser Donnerstag, den ich ja eigentlich mit Rio eingeführt hatte, den werden wir auf jeden Fall wieder wahrnehmen. Und ich freue mich darauf, wieder mehr zu streamen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Also ihr seid jetzt über das Wichtigste informiert. Wenn ihr aber noch Fragen habt, Kommentare habt, wenn ihr selber in Bowington seid oder Sonstiges, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Und ja, vielleicht sehen wir uns. Ich würde mich freuen. Ansonsten, Gamescom gibt es ja auch noch. Da macht ja Rio und ich sogar ein Community-Treffen, kann man sagen. Das ist auch schon klar. Das ist der Donnerstag, der 18.8. Könnt ihr euch ja schon mal im Kalender vermerken, sofern ihr wisst, okay, Bowington schaffe ich nicht. Aber Gamescom bin ich in Köln, weil es wird auch nicht auf der Gamescom sein, sondern es wird am Abend passieren. Also am Abend wirklich, wo wir uns eine Location suchen für die angemessene Zahl an Leuten, die dann kommen wird. Und wo wir dann einfach wirklich ein bisschen schnacken wollen mit euch und dieses Thema Barriere mit dem Monitor so ein bisschen weg haben, sondern einfach mal face-to-face. Ja, das war es. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Die Bowington-Videos selber wird es ab nächster Woche irgendwo Mitte der nächsten Woche geben. Und wer noch nichts mit Bowing bzw. dem Plankfest anzufangen weiß, der sollte die alten Videos davon einfach anschauen. Deswegen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Alkarama.